Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Canal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Ferrero Duplo oder Kinderriegel 2,99 Euro. Jakobs Krönung oder Kaffee Haag 4,25 Euro. Géramont 1,85 Euro. 2300 Gramm Griechenland-Klementinen 2,49 Euro. 900 Gramm Edeka Heimatliebe Tafeläpfel 1,49 Euro. Gallia Melonen 1,49 Euro. 1 Kilogramm Bio Orangen 1,99 Euro. 500 Gramm Mini Pflaumentomaten 1,49 Euro. 750 Gramm Rosenkohl 1,11 Euro. 1500 Gramm Bio Speisekartoffeln 2,49 Euro. Weihnachtsstern 13 cm Topf 3,99 Euro. Original Wagner Steinofen Pizza 1,69 Euro. 300 Gramm Edeka Himbeeren 1,49 Euro. Edeka Chicken Cheese Nuggets 2,99 Euro. Edeka Bio Mango 1,99 Euro. 500 Gramm Schweineruhladen 3,99 Euro. Französisches Maishähnchen 5,99 Euro. Cornelius Pfälzer Leberwurst 1,49 Euro. Rückerschnitt Käsescheiben 1,59 Euro. Milka Schokolade Favorites oder Party-Mix 1,99 Euro. Mövenpick oder Eiles 9,85 Euro. Haribo Fruchtgummi und Lakritz 4,44 Euro. Brand Zwieback 1,11 Euro. Rügenwalder Mühle Teewurst 1,49 Euro. Edeka Genussmomente Rinder 1,49 Euro. Grünländer 1,39 Euro. Roman Kartoffel oder Nudelsalat 1,99 Euro. Erasko Fertiggerichte 1,79 Euro. 3 Dosen 5 Euro. Maggi Spaghetti Bolognese oder Ravioli 1,59 Euro. Lotus Biscoff 2,49 Euro. Kartoffelbrot 1,99 Euro. Kinderüberraschung Maxi 3,33 Euro. Edeka Erdnüsse 2,49 Euro. Milka Feine Kugeln 1,59 Euro. Gut und günstig Weihnachtsfiguren 1,19 Euro. Pfanne Ice Tee 1,29 Euro. 4 Packungen 4,44 Euro. Per Woll Feinwaschmittel 3,99 Euro. WC Frischkraft Aktiv 1,69 Euro. Rexona Deo oder Rollon 1,99 Euro. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.